Hallo liebe Tennis-Fans in Stuttgart, ich freue mich schon riesig auf 2017, dass ich wieder aufschlagen kann am Mercedes Cup. Es hat fast gereicht im 2016, aber leiden nicht ganz. Darum bin ich natürlich extra motiviert, dass es wieder gut geht jetzt im nächsten Jahr und dass ich vielleicht sogar mit dem Gewinnerfahrzeug nach Hause fahren kann und die Trophäe in die Höhe stemmen darf. Euch wünsche ich schöne Festtage, ein gutes neues Jahr und wir sehen uns im Juni in Stuttgart. Bis dann, macht's gut! Bis dann, macht's gut!